Leute, Bitcoin hat heute erneut den wichtigsten Trend-Support, den wir diesen Bullenmarkt haben, angetestet. Und zwar diese wunderschöne grüne Trendlinie, die wir hier auf dem Daily und vor allen Dingen auch auf dem Weekly-Chart sehen. Und vor allen Dingen auf dem Weekly-Chart wurde diese Trendlinie noch nie nach unten hindurchbrochen. Jetzt ist die letzte Woche, in der sich Bitcoin entscheiden kann, ob wir den Bullenmarkt nach oben weiter fortsetzen oder ob wir einen Breakout nach unten sehen, was natürlich bedeuten würde, dass eine der wichtigsten bullischen Supports für diesen Bullenmarkt gebrochen werden. Und das bedeutet dann natürlich, dass wir Kurse von bis zu 33.000 Dollar sehen könnten. Das heißt Leute, wenn ihr auf alle Szenarien jetzt vorbereitet sein wollt, schaut euch unbedingt, unbedingt mal aufmerksam dieses Video an. Bleibt mal dran, ich gebe euch ein Update zu meinen Trades. Ich werde euch ganz genau sagen, ob ich irgendwelche neuen Positionen eröffnen werde, ob ich irgendwelche Trades schließen werde. Und des Weiteren ist, by the way, die Femex Trading Competition vorbei. Unser Team hat hier wirklich mit Abstand die Trading Competition gewonnen. Wir sind mit über 100 Prozent Abstand zu Team 2, der erste Platz. Und das zeigt doch, wer wirklich mit Abstand die beste Trading Community auf ganz YouTube ist. Das sollte komplett außer Frage stehen. Ich meine, mit über 100 Prozent liegen wir hier in Führung. Glückwunsch natürlich an jeden, der hier bei der Trading Competition in meinem Team mitgemacht hat. Bis zum 13. April werden die Preisgelder verteilt. Jeder im Team sollte ungefähr von den 120.000 Dollar, die wir insgesamt bekommen haben, ungefähr 100, 200 Dollar bekommen. Denn nicht jeder im Team hat ja gehandelt. Viele Leute haben am Anfang direkt ausgezahlt, ohne überhaupt einen Trade zu öffnen. Diese Leute bekommen natürlich keinen Bonusguthaben. Nur Leute, die auch wirklich gehandelt haben. Und aus diesem Grund müsste sich das so auf 100, 200 Dollar belaufen. Das kriegt ihr dann bis zum 13. April auf euren Femex Account, mit dem ihr hier bei der Trading Competition mitgemacht habt. Ansonsten Leute, falls ihr euch für das ganze Trading Thema interessiert, wir bereiten uns diese Woche auf eine der größten Trade Möglichkeiten diesen Bullenmarktes vor. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gebe ich euch einfach mal einen kleinen Tipp. Geht hier auf das Video, also nicht auf das, auf das Aktuelle, was ihr gerade schaut. Geht in die Videobeschreibung. Schaut euch das Trading Tutorial mit Tipps und Tricks an, denn da erfahrt ihr, wie ihr einen kostenlosen 150.000 Dollar Trade eröffnen könnt. Was für euch bedeutet, wenn Bitcoin 10% nach oben geht und ihr long gegangen seid, bedeutet das, ihr kriegt geschenkte 15.000 Dollar. Wenn ihr short gegangen seid und Bitcoin fällt 20% zum Beispiel, sind das geschenkte 30.000 Dollar und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt long geht und Bitcoin macht einen 100% Move nach oben, dann sind das geschenkte 150.000 Dollar. Das heißt, ich gebe euch wirklich den Tipp, geht in die Videobeschreibung, schaut euch das Trading Tutorial mit Tipps und Tricks hier an, schaut euch das einmal aufmerksam an. Es ist ein etwas längeres Video, aber es hat einen Grund, warum dieses Video so viele Likes hat und warum es so viele positive Kommentare hat, denn da erkläre ich ganz genau, wie man eben mit einem 100 Hebel einen Trade eröffnen kann ohne Risiko. Und ihr habt ja sowieso kein Risiko, denn ihr könnt ja das Bonusguthaben verwenden, was ihr mit meinen Affiliate-Links in der Videobeschreibung bekommt. Bybit, Femex, DualExcel sind mit Abstand die besten Exchanges für den aktiven Handel mit Bitcoin. Da mache ich natürlich auch alle meine Trades und meine gesamte Community macht da alle ihre Trades, weil das eben die besten Exchanges sind. Und ihr kriegt mit meinen Affiliate-Links immer die bestmöglichen Boni, habt keinerlei Kosten dadurch, unterstützt mich damit, sind wie gesagt meine Affiliate-Links. Und ihr kriegt halt einfach 1.500 Dollar komplett kostenloses Bonusguthaben. Und wenn ihr dann damit Profite macht, könnt ihr die ganz normal in eure HODL-Wallet ausziehen. Das heißt, das kann ich wirklich jedem an's Herz legen, vor allen Dingen mit der großen Trade Opportunity, die ich heute im Video ansprechen möchte. Ansonsten würde ich sagen, reden wir jetzt nicht großartig drumherum, sondern kommen direkt mal auf den Bitcoin-Kurs zu sprechen. Ihr wisst es Leute, Bitcoin befindet sich hier gerade in diesem großen Ascending Triangle. Und der Großteil des Marktes ist komplett davon überzeugt, dass wir hier aus diesem Ascending Triangle ein Breakout nach oben sehen werden. Ich persönlich bin noch deutlich vorsichtiger. Ihr wisst es, seitdem wir hier das erste Top gesehen haben und vor allen Dingen, als wir dieses Top hier gesehen haben, habe ich euch gesagt, seid sehr vorsichtig mit Long-Positionen. Und ich glaube, jeder, der das gemacht hat, ist auch relativ froh. Denn in diesem Bereich hier von einer Konsolidierung ist es am allerschwierigsten. In Konsolidierungsphasen ist es am allerschwierigsten zu traden. Und mir war einfach schon klar, als wir schon vor allen Dingen das zweite Mal eine Rejection von unserem 10-Year, von unserer 10-Jahres-Resistance-Line bekommen haben, als wir da die zweite Rejection bekommen haben, war mir relativ klar, dass wir hier sehr, sehr vorsichtig werden müssen. Denn das war bis jetzt, historical gesehen, immer das Ende vom Bullenmarkt. Das heißt, wir stehen jetzt hier gerade vor einer großen Entscheidung. Entweder wir haben hier einen Breakout nach unten. Das bedeutet, dass Bitcoin bis zu 33.000 Dollar sehr, sehr einfach oder sogar noch weiter fallen könnte. Wir stehen aber auch vor der Entscheidung, hier einen Breakout nach oben zu schaffen. Beides ist fast gleich wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise. Also ich persönlich gehe auch prozentual von einer höheren Wahrscheinlichkeit aus, dass wir einen Breakout nach oben sehen. Einfach aus dem Grund, weil dieser Bullenmarkt eben sehr, sehr fundamental gestützt ist. Trotzdem bin ich sehr vorsichtig, Leute. Ich habe kleine Long-Positionen offen. Ihr wisst es auch, ich habe vor ein paar Tagen, und dieses Video hat relativ viel Hate bekommen tatsächlich. Ich habe vor einigen Tagen ein Video hochgeladen, wo ich hier gesagt habe, ich nehme einige Profite aus meinem Krypto-Portfolio raus. Ganz, ganz kleine Prozente, nicht mal zweistellige Prozente. Trotzdem, ich persönlich, Traden und Handeln ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Man muss immer auf alle Wahrscheinlichkeiten vorbereitet sein. Und indem ich jetzt hier ein bisschen Profite genommen habe, bin ich darauf vorbereitet, dass wenn wir hier runterfallen, dass ich selbst ohne eine Short-Position dann einfach weiter unten billig die Bitcoin wieder zurückkaufen kann und sogar noch ein bisschen Profit mache. Das heißt, die Long-Positionen, die ich aktuell offen habe, die können ja, mein Einstiegspunkt ist ja im Profit. Ihr seht, mein Stop-Loss ist im Gewinn, die können eh nicht ins Minus gehen. Trotzdem, in einer gewissen Art und Weise würde ich nicht großartig Minus machen, würde sogar ein paar Bitcoin dann Gewinn machen, weil ich oben eben ein bisschen was verkauft habe. Und jetzt für die Leute, die sagen würden, ey, aber was ist denn, wenn wir jetzt nach oben ausbrechen? Du sagst doch selber, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass wir nach oben ausbrechen. Ist doch kein Problem. Ich habe ja Long-Positionen offen. Das heißt, mit diesen Long-Positionen bei einem Breakout nach oben, werde ich ja ohne Probleme die Bitcoin, die ich hier verkauft habe, zu einem extrem guten Preis von 60.000 Dollar so gesehen, werde ich die ja einfach mit meinen Long-Positionen wieder rausholen. Das heißt, in jedem Fall habe ich am Ende nur mehr Bitcoin slash mehr Dollar. Und diese USDT, die ich jetzt hier ausgecashed habe bei einem Breakout nach oben, die kann ich ja einfach wieder in den Markt reintun. Das heißt, ich bin einfach auf alle Szenarien vorbereitet. Und das ist das Wichtigste, dass man einfach immer auf alle Szenarien vorbereitet ist. Wie sehen denn jetzt aber die Wahrscheinlichkeiten aus, für einen Breakout nach oben oder für einen Breakout nach unten? Dafür müssen wir auf die kleineren Timeframes gehen. Wir gehen mal auf den 4-Stunden-Timeframe. Und wir sehen auch schon, Leute, Bitcoin ist hier wirklich extremst nah an unserem Support. Man könnte sogar sagen, wenn man die Support-Linie vielleicht ganz ein bisschen hochzieht, dass wir hier gerade fast wirklich perfekt gebounced sind auf dem 4-Stunden-Chart. Ich persönlich muss sagen, wir haben schon mal gesehen, diesen Bullenmarkt, dass wir diese Trend-Linie nach unten hin durchbrechen. Und zwar war das genau hier. Ihr könnt euch noch daran erinnern, hier hatten wir diesen Ryder. Rising Wedge eingezeichnet. Ich hatte hier gesagt, dieser Rising Wedge wird nach oben ausbrechen. Hier hatten wir eine der größten Long-Positionen, diesen gesamten Bullenmarkt. Tatsächlich von den Profiten her auch bei diesem Breakout. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir theoretisch einen Breakout nach unten sehen können. Solange wir nicht, das wird jetzt ganz wichtig, Leute, wir können einen Breakout unter diesem Support sehen. Das ist möglich, ohne dass wir einen riesigen Drop sehen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, Leute. Das heißt, nur falls wir hier drunter brechen, müssen wir nicht direkt Short-Positionen eröffnen. Ich bin generell in dem Bullenmarkt kein Fan von Short-Positionen. Denn das Einzige, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass wir keine Wochenkerze unter diesem Support beenden. Denn ihr seht es auch schon. So gesehen, und jetzt hat sich irgendwie, warum hat sich denn jetzt die Linie hier irgendwie gerade verzogen? Jetzt hat sich hier gerade irgendwie so ein bisschen die Linie verzogen. Warum das? Vorbei, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. So oder so, der Weekly Support muss man natürlich, den muss man ein bisschen flexibler einzeichnen. So oder so, Leute, sehen wir, dass wir auf dem Weekly zumindest noch nie ein bestätigtes Breakout, also noch nie einen Weekly Close unter dieser Trendlinie gehabt haben. Das heißt, bei einem Breakout nach unten werden wir uns erst hundertprozentig sicher sein können, dass es ein Breakout war, frühestens eigentlich nächste Woche dann. Wenn nächste Woche der Bitcoin-Kurs auf 50.000 Dollar runterfällt, dann können wir uns zu hundertprozentig sicher sein, dass das ein Breakout nach unten war. Das heißt, werdet nicht voreilig, das ist hier all time long Weekly Support. Wir können nicht einfach anhand des Ein-Stunden-Charts sagen, oh, wir sind jetzt nach unten hindurchgebrochen, das ist jetzt das Ende. So funktioniert das Ganze natürlich nicht. Das heißt, bitte im Hinterkopf behalten, wir müssen mal mindestens dann nächste Woche bis runter auf 51.000 Dollar gehen, dass wir uns hundertprozentig sicher sein können, dass das ein Breakout nach unten war. Aus diesem Grund muss ich ganz klar sagen, ich bin extrem, extrem vorsichtig momentan. Ich verstehe nicht, warum sich hier die Linien die ganze Zeit verschieben auf den verschiedenen Timeframes. Ich bin extrem, extrem vorsichtig momentan. Ich werde nicht riskieren, hier in einen Fake-Out zu laufen. Das heißt, in irgendwas, was so aussieht wie halt im letzten Bullenmarkt. Das werde ich auf gar keinen Fall riskieren. Das heißt, Leute, ich werde definitiv weiterhin meine Long-Position offen halten. Ich habe ein bisschen Profite genommen. Ich bin so oder so auf alle Szenarien vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt das Ganze ähnlich gemacht. Wenn ihr einen Trade jetzt unbedingt eröffnen wollt, dann meiner Meinung nach sind die Wahrscheinlichkeiten immer noch ein bisschen höher, dass wir einen Breakout nach oben sehen werden. Das heißt, wenn man hoch riskant spielen will, kann man natürlich hier eine kleine Long-Position eröffnen. Ich persönlich würde aber eher dann einfach warten, denn das sind hier nur, das ist theoretisch nur 2.000 Dollar hier, dieser Bereich hier noch. Ich würde dann persönlich lieber noch ein paar Tage warten und dann eine Long-Position eröffnen, sollten wir einen Breakout sehen und vor allen Dingen einen Daily Close hier drüber. Einen Daily Close hier drüber, vielleicht dann sogar den Weekly Close. Am besten wäre natürlich, wenn wir dann hier den Weekly Close drüber sehen. Wenn wir das Breakout jetzt noch diese Woche sehen, vier Tage, schön in den nächsten vier Tagen auf 65.000 Dollar hoch, hier dann die Woche beenden. Das ist so ein Szenario, wo man sagen kann, wow, wir haben jetzt diesen extrem wichtigen Widerstand hinter uns gelassen und das wäre dann für mich ein Zeichen, meine Long-Position enormst zu vergrößern. Das heißt, wenn man jetzt unbedingt schon Long gehen will, kann man eine kleine riskantere Long-Position eröffnen, meiner Meinung nach, denn die Wahrscheinlichkeiten stehen immer noch dafür, ein bisschen besser, dass wir nach oben ausbrechen. Ich wäre aber sehr vorsichtig und dann kann man im Worst Case die Position einfach fett vergrößern, sobald wir hier den Weekly Close vor allen Dingen mal über 62.000 Dollar, das heißt ein Weekly Close über dem alten All-Time-High gesehen haben. Das würde natürlich für uns bedeuten, dass wir damit rechnen müssen, dass Bitcoin über die nächsten Wochen einen enormen Run-Up bis zu dann eben 200.000 Dollar hinlegen wird. Leute, das ist ja mein Preisziel. Sollten wir hier die rote Widerstandslinie nach oben hindurch brechen, ist mein Preisziel 200.000 Dollar, bevor wir dann die erste enorm riesige Korrektur sehen und dann vielleicht in den nächsten Bullen-Cycle bis hoch auf wie viel Dollar auch immer dann irgendwann in 2023, 2024 oder sowas gehen werden. Für uns bedeutet das aber erstmal, in den nächsten Stunden vor allen Dingen wird es jetzt nochmal extrem spannend, in den nächsten Tagen wird es jetzt nochmal extrem spannend. Wie gesagt, Bitcoin steht vor dieser enorm wichtigen Entscheidung und so oder so werden wir halt dann eben danach meiner Meinung nach zumindest 180.000 Dollar für den Bitcoin erreichen. Dafür müssen wir aber halt diesen Widerstand nach oben hindurch brechen und bevor wir das nicht getan haben, bin ich extrem vorsichtig. Dasselbe gilt natürlich für Ethereum. Ihr seht, das Ethereum bildet hier gerade ein schönes Symmetrical Triangle. Wir haben hier zwar gerade wieder einen kleinen Wig nach unten gehabt, wie man sehen kann, aber die 4-Stunden-Kerze schließt erst in 2,5 Stunden. Das heißt, solange es Ethereum schafft hier die 4-Stunden-Kerze drin zu close, muss man ganz klar sagen, ist dieses Symmetrical Triangle natürlich noch intakt und kann natürlich dann auch über die nächsten Tage, sollte dann Bitcoin eben auch einen Breakout nach oben haben, kann das definitiv dafür sorgen, dass Ethereum dann hier Richtung 2.500 Dollar geht. Wie gesagt, jetzt sollten wir erstmal am besten dafür sehen, dass diese 4-Stunden-Kerze noch aufgekauft wird in den nächsten 2,5 Stunden. Genau dasselbe gilt natürlich auf dem Bitcoin-Ethereum-Chart. Wir hatten hier das Symmetrical Triangle. Ethereum hat auch angefangen, Bitcoin extrem outzuperformen, sobald natürlich ein bisschen Unwissenheit, und das sehen wir auch am Ethereum-Bitcoin-Chart, Unwissenheit im Markt sieht man immer daran, dass Ethereum anfängt gegenüber von Bitcoin zu korrigieren. Das zeigt immer, dass wir nicht mehr so bullish sind und dass es Unsicherheit im Markt gibt und sich eben sonst die Leute sehr sicher sind, wenn Bitcoin pumpt, dann wird Ethereum Bitcoin outperformen. Jetzt sind sich die Leute nicht mehr sicher, ob Bitcoin überhaupt pumpen wird, weshalb sie logischerweise aus Ethereum wieder zurück in Bitcoin gehen, um auf das Szenario von einem Breakout nach unten vorbereitet zu sein. Das heißt, wie gesagt, es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass der Markt eben momentan eine sehr, sehr schwierige Entscheidung hat, auch wenn ihr auf Social Media seht, dass alle bullish sind. Der Markt hat aktuell allgemein eine sehr, sehr schwierige Entscheidung zu machen in den nächsten Tagen. Und aus diesem Grund bin ich da einfach ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ich habe jetzt oft genug gesagt, dass ich vorsichtig bin. Ansonsten, Leute, ihr wisst, wann ich neue Long-Trades eröffnen werde. Ihr wisst, dass ich immer noch Long-Positionen offen habe. Natürlich mit dem Stop-Loss und Gewinn. Aber so oder so mit dem kleinen Profit-Taking, was wir von meinem HODL-Portfolio oder was ihr vielleicht auch von eurem HODL-Portfolio gemacht habt, hier genau an dem Top sozusagen, muss man ganz klar sagen, sind wir auf alle Szenarien diese Woche vorbereitet. Ansonsten, Leute, falls ihr euch für das ganze Trading-Thema interessiert, falls ihr jetzt vielleicht die kleine Long-Positionen eröffnen wollt oder dann eben den großen Trade, sobald wir einen Breakout nach oben haben, ein bestätigtes, dann ganz klare Sache, geht in die Videobeschraubung, schaut euch das Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an. Hier erfahrt ihr ganz genau, wie ihr komplett ohne Risiko zum Beispiel auch eine Position mit einem 100er-Hebel eröffnen könnt. Es hat einen Grund, warum das Video so viele Likes hat. Es hat einen Grund, warum dieses Video so viele positive Kommentare hat. Und wenn ihr mich dann noch unterstützen wollt und ihr einen kostenlosen 150.000-Dollar-Trade haben wollt, naja, dann geht ihr in die Videobeschraubung, registriert euch bei Bybit, Femex, vielleicht auch Duodex. Damit unterstützt ihr mich. Wie gesagt, Bybit ist mit Abstand der beste Exchange für den aktiven Handel. Damit unterstützt ihr mich. Wie gesagt, ihr kriegt bis zu 1.500 Dollar komplett kostenloses Bonusguthaben für eure ersten Trades, was für euch bedeutet das, wenn ihr dann das Video euch aufmerksam anschaut, ihr dann wisst, wie ihr einen 100er-Hebel-Trade ohne Risiko eröffnen könnt. Wenn ihr das dann herausgefunden habt, indem ihr das Tutorial-Video schaut, naja, dann könnt ihr einfach einen 150.000-Dollar-Trade eröffnen, einen kostenlosen, was natürlich für euch bedeutet, wenn Bitcoin dann nach oben ausbricht, 10% nach oben, 15.000 Dollar Profit, 20% nach oben, 30.000 Dollar Profit. Das heißt, allein mit diesem geschenkten Bonusguthaben könnt ihr euch theoretisch in einem Bullenmarkt einen komplett kostenlosen Bitcoin abholen. Dasselbe gilt natürlich auch für die andere Richtung. Wenn wir einen Breaker nach unten sehen, ihr geht short, Bitcoin korrigiert 50%, bam, 75.000 Dollar. Bei so einer Korrektur würde das sogar bedeuten, dass ihr zwei kostenlose Bitcoin bekommen habt, nur weil ihr meine Affiliate-Links benutzt habt, mit denen ihr immer das Bestmögliche, mit denen ihr einfach immer die Bestmöglichen Boni bekommt. Je nachdem, was für ein Bonus-Event gerade läuft, kann das eben ein bisschen fluctuieren. Glückwunsch nochmal an alle bei der Trading-Competition. Wir haben diese Trading-Competition wirklich mit Abstand gewonnen. Wir sind mit Abstand die beste Trading-Community auf YouTube. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns demnächst wieder heute Abend vielleicht in einem Livestream. Ansonsten vielleicht sogar noch in einem zweiten Video oder morgen dann spätestens im Video. Bis dann. Ciao, ciao.